Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Es gibt grundsätzlich drei Wege den Ideen eines Heiko Thieme zum Thema Börse zu folgen. Zum einen täglich, sehr kurz und knapp, eine Minute etwa, die Idee des Tages über Instagram oder ebenfalls täglich, deutlich ausführlicher, 15 bis 20 Minuten, der tägliche Marktprognose, allerdings das kostenpflichtig über WhatsApp zu empfangen oder die dritte Möglichkeit für strategische Investoren, sehr ausführlich, ein Talk von etwa einer Stunde, die Club-Ausgabe, da geht es dann um den Dreiklang von Börse, Wirtschaft und Politik. Und die aktuelle Club-Ausgabe haben wir in diesem Augenblick aufgezeichnet, sind gerade raus und wollen mal reinhören, was alles so passiert ist. Es gab viele Themen. Ist dieser Black Monday Light, wie wir ihn genannt haben, ist der schon vorbei? Wie geht es weiter an der Börse? Wie geht die Börse um mit den Brennpunkten dieser Welt, also in Nahost und in ganz Nahost? Ja, und dann hatten wir ein Update Konjunkturzinsen. Wir haben aktuelle Handelsideen und natürlich die Fragen unserer Club-Mitglieder. Und da möchte ich einhaken. Da ging es nämlich unter anderem um künstliche Intelligenz, KI, angesichts dieser Bewertung. Wer es noch nicht im Depot hat, Heiko, soll der da noch einsteigen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar Nvidia ist jetzt 20 Prozent gefallen von seinem jüngsten Höchststand, ist von der Bewertungsbasis her gesehen natürlich schon sehr, sehr teuer. Aber die 20 Prozent reichen bei mir aus, um zu sagen, ich kaufe mich ja in drei Tranchen ein. Die nächste Tranche, wenn es nochmal 15 Prozent fallen sollte, was ich nicht garantieren kann. Und dann nochmals weitere 15 Prozent, um zur dritten Tranche zu kommen. Und insgesamt kann man Nvidia zwischen zwei bis drei Prozent investieren. Drei Prozent eigentlich deswegen wären gerechtfertigt, weil es ja ein Unternehmen ist, was eins der teuersten oder der höchst bewährtesten Unternehmen ist. Wir reden hier von drei Billionen, wenn man so will, im Dollarbereich. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Also ich würde es tatsächlich tun, weil ohne, und das ist meine Begründung, ohne Nvidia passiert in den nächsten zwei, drei Jahren in der künstlichen Intelligenz nichts. Diese Chips werden gebraucht und sind quasi konkurrenzlos. Das ist der Grund, dass er nicht doch dabei sein würde. Und wir haben ja dann auch noch die AMR allerdings mitgenommen. 99 Prozent aller Smartphones benutzen deren Produkte. Und da sehe ich eine Marktposition, nachdem das Unternehmen hier schon über 35 Prozent gefallen ist vom Höchststand, also noch weit mehr als bei Nvidia. Da kann man etwas tun. Das sind also zwei technologisch ausgerichtete Werte, die wir haben. Und dann haben wir natürlich noch andere Werte wie im Standard & Poor's 500 Index, wo wir uns einkaufen über das Vanguard-Produkt mit einem ganz geringen Kostenfaktor. Darf man nicht vergessen, auch im deutschen Markt sehe ich Chancen, dass mal DBX1DA zum Beispiel sagt, okay, wenn wir noch zehn Prozent bis zum Jahresende haben, dann lohnt es sich ja durchaus damit dabei zu sein. Japan haben wir letzte Woche empfohlen. Also ich glaube, unsere Anleger haben eine Menge mitbekommen. Können nicht vielleicht alles umsetzen, aber wir wollen ja auch ein gewisses Bouquet offerieren, so wie eine Menükarte im Restaurant. Müssen ja nicht alle angeboten, wenn ich war, Gänge selbst genießen oder essen, sondern man kann sich das erstmal anschauen, aber kann sich auch aufbewahren fürs nächste Mal. Das ist das Entscheidende, was wir haben. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass jeder diese Zeit aufbringt, die gute Stunde also mit dir und mir dann auch dementsprechend produktiv zu genießen. Wenn wir nochmal kurz gedanklich einhaken bei dem Thema Menükarte. Was steht denn auf der Dessertseite sozusagen? Wir hatten ja jetzt, und so war ich ja eingestiegen, diesen deutlichen Rücksetzer, den ja fast schon Black Monday oder Black Monday Light, ganz wie ihr wollt, in Japan gesehen. Ist das Thema rum ums Eck? Geht es jetzt wieder aufwärts? Haben wir am Ende des Jahres, um beim Dessert zu bleiben, höhere Kurse? Jein. Wir haben sie, wenn die Wahl richtig ausgeht, am 5. November die Demokraten im Weißen Haus bleiben und vielleicht auch im Senat und im Repräsentantenhaus. Die Mehrheiten gewinnen, die Chancen bestehen. Es ist aber eine Uphillstruggle, wenn man so will. Donald Trump hat jetzt ein Interview gemacht, nicht wahr, mit Elon Musk gestern. Das sollte man sich mal anhören, wenn man kann und wenn man es Englisch spricht. Das ist meines Erachtens so peinlich wie nur irgendwas. Vielleicht sehen es andere anders. Also da merkt man doch, dass selbst der reichste Mann der Welt wenig in der Diktion aufzuweisen hat. Vielleicht anders in seinem Gedankengang, aber das ist sehr, sehr knapp. Und Trump ist ein permanenter Lügner. Wie kann man einem permanenten Lügner überhaupt nur zuhören? Da ist jede Aussage eine Falschaussage quasi. Und das ist schon für mich sehr schwer zu verdauen. Deswegen also auf jeden Fall Harris-Walz ist für mich die bessere Alternative in diesem Bereich. Aber generell gesehen, die Börsen werden in den nächsten acht Wochen schwanken. Das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben die Tiefstände mal bezogen auf den japanischen Markt gesehen. Und auch beim DAX-Index dürfte die 17.000-Marke durchaus halten. Auch wenn wir noch mal in die Nähe kommen könnten. Es gibt vielleicht noch Nachbeben. Es gibt vielleicht Unternehmen, die tatsächlich noch ausfallen. Aber das Gröbste liegt hinter uns. Deswegen vor einer Woche, sagte ich ja am Montag vergangene Woche, Entwarnung. Das sind Chancen. Immer wieder die Chancen nutzen bei Kursschwäche. Wir sind nicht in einer Rezession und wir sind nicht in einer Börsenbeste. Sondern wir sind in einer klassischen Korrektur gewesen, die zwar einen Crash in Japan bedeutet hat, aber sich nicht bei den anderen Weltbörsen dementsprechend stark ausgetobt hätte. Heiko Thieme, Dankeschön. Bis nächste Woche. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.